Ja, Network Marketing Seminar, meine drei Erkenntnisse nach einem Network Marketing Seminar. Ich weiß nicht, vielleicht warst du in letzter Zeit auf einem Network Marketing Seminar oder hast vor, auf eines zu gehen. Ich möchte dir die drei Punkte mitgeben, die wichtig sind, wenn du auf einem Network Marketing Seminar bist, beziehungsweise dir die Inhalte ansiehst und sagst, okay, Network Marketing Seminar, ist das überhaupt was für mich? Also, bei einem Network Marketing Seminar ist meistens auch viel Blabla dabei. Da wird die Agenda, sag ich mal, ein bisschen verlängert, damit einfach das Seminar selbst auch besser dasteht. Aber aus meiner Sicht braucht ein gutes Network Marketing Seminar eigentlich wirklich nur drei Prozesse. Drei Dinge, die du in jedem Network Marketing Unternehmen brauchst und egal in welchem Seminar du auch sitzt. Also, Punkt Nummer eins, der in jedem Network Marketing Seminar dabei sein sollte, ist der Prozess, wie finde ich Interessenten? Ja, es ist definitiv einer der drei Punkte, der in dem Network Marketing Seminar behandelt werden muss und zwar aus meiner Sicht vor allem auf die neue Art und Weise. Bedeutet, nicht mit Namensliste oder irgendwo Flyer austeilen gehen. Ich denke, auch du, du bist ein moderner Mensch, du bist hier bei YouTube, du wirst kaum in einem Network Marketing Seminar sitzen und sagen, hey, super, ich kann jetzt meine Freunde kontaktieren oder ich darf Flyer austeilen gehen. Was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man das Verständnis im Network Marketing Seminar rüberbringt und sagt, ja, man braucht täglich neue Kontakte. Es gibt auch einen Irrglauben oder ich kann jetzt sagen, ja, wenn du zehn gute Kontakte hast, dann kannst du dir ein riesen Business aufbauen. Nein, das gibt es nicht. Das heißt, wenn du das in einem Network Marketing Seminar hörst, ja, dann am besten gleich rausgehen. Du brauchst ganz, ganz, ganz viele Kontakte. Und das ist auch der Grund, warum nicht jeder im Network Marketing erfolgreich wird, weil er diese Kontakte nicht hat und weil er diese Kontakte nicht abarbeitet. Das heißt, für deinen großen Erfolg im Network Marketing brauchst du eine massiv große Liste. Und damit meine ich nicht eine Freundesliste, sondern einen Zugang zu ständig neuen Kontakten. Und für mich ist das eindeutig Facebook. Ich habe mich für Facebook entschieden. Ich bin auch neunmal im Network Marketing gescheitert aus diesen Gründen. Und in vielen Network Marketing Seminaren wurde mir erzählt, mit meiner Freundesliste kann ich erfolgreich werden. Dann bin ich auf Facebook umgestiegen und habe gesehen, da kann ich jeden Tag massiv viele Menschen kontaktieren. Und was auch noch wichtig ist, dass mir keiner gesagt hat beim Network Marketing Seminar, ist, dass du und ich, wir brauchen einen Kundenarbeiter. Was ist das? Du brauchst eine genaue Zielgruppe. Das heißt, du musst wissen, wen möchte ich kontaktieren. Du sagst, ja, jeder steigt in mein Network Marketing Business ein. Oder jeder, der einsteigt, der ist für mich interessant. Das stimmt nicht, weil du ziehst gewisse Menschen an mit deinen Interessen. Wenn du jetzt einen neuen Kontakt gemacht hast, dann kannst du den viel besser in die Duplikation bringen. Oder dass er weitere Kunden auch bringt, wenn du dich gut mit ihm verstehst. Also, bei jedem Network Marketing Seminar sollte Punkt 1, wie findest du die Kunden drinnen sein. Wenn du jetzt sagst, ja, wie finde ich wirklich die Kunden, unten habe ich so ein Network Marketing Seminar für dich, ein Webinar. Und das kannst du dir jetzt gratis holen. Punkt Nummer 2, der in jedem Network Marketing Seminar drinnen sein sollte, ist der Punkt Ansprechen. Ja, die meisten haben Angst. Und ich muss sagen, es ist irgendwo ein Gefühl, das nicht angenehm ist. Fremde Menschen ansprechen auf eine Geschäftsmöglichkeit. Auch wenn man von seinem Network Marketing Business überzeugt ist. Und mir hat sehr, sehr geholfen ein Buch, das heißt Go for No. Und das habe ich auf keinem Network Marketing Seminar noch gehört. Go for No bedeutet, das Ja ist das Ziel, aber das Nein ist der Weg. Hast du wahrscheinlich schon oft gehört, ein Nein ist wichtig. Aber in diesem Buch wird es wirklich sehr, sehr gut behandelt. Und das heißt, wie viele Nein-Ziele hast du? Du selbst bist vielleicht in einem Network Marketing Seminar gewesen, hast gelernt, wie kann ich Einwände behandeln? Wie komme ich einfach weiter? Aber das Problem ist, dass wir alle so eine innerliche Sperre haben. Wir haben Angst vor dem Nein. Ich nehme an, du auch. Und diese Angst vor dem Nein konnte ich überwinden, indem ich mir Nein-Ziele gesetzt habe. Ich habe gesagt, heute möchte ich 5 Nein. Und dann habe ich auf Facebook 20 neue Menschen kontaktiert und habe 3 Nein bekommen. Und dann habe ich mir gedacht, ah, 2 brauche ich noch. Das heißt, diese Nein-Ziele, die fördern die Aktivität und die brauchst du. Das heißt, lass dir nichts einreden in keinem Network Marketing Seminar der Welt. Du brauchst diese Nein und such diese Nein. Damit legst du die Angst ab. Für mich ist auch Angst ein wichtiges Stichwort, dass ich in dieser Form in keinem Network Marketing Seminar gelernt habe. Ich habe immer gelernt, in den Seminaren, sprich die Menschen an, ruf sie an. Und ich muss ehrlich sagen, ich konnte das nie. Ich konnte das nie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und deswegen habe ich nach einer Möglichkeit gesucht. Und das waren Sprachnachrichten im Facebook Messenger. Das heißt, im Facebook Messenger habe ich die Leute angesprochen. Somit, ja, konnte die Person entscheiden. Es war nicht verkäuferisch. Ich habe dann ein Ja oder ein Nein bekommen. Punkt Nummer 3, den du in einem Network Marketing Seminar unbedingt sehen oder hören solltest, ist das Thema Abschließen. Du kannst vorher die Prozesse richtig machen. Du kannst die richtigen Leute finden. Du kannst sie ansprechen. Aber hast du gewusst, dass 85% im Network Marketing Angst haben vor dem Abschluss? Und das ist natürlich dann schlecht. Wenn du die Leute nicht abschließt, kannst du sie auch nicht gewinnen. Und eine schlechte Frage ist, aber ich denke, in keinem Network Marketing Seminar der Welt wird die so behandelt. Willst du starten? Ich höre dir natürlich manchmal in der Praxis, willst du starten? Willst du jetzt das Paket kaufen? Und damit machst du den Kunden oder Vertriebspartner komplett unsicher. Was ich dir raten würde ist, nachdem du vorher Tools eingesetzt hast, ich sage gleich was dazu, dass du die Person fragst, wie hat es dir gefallen? Kommt eine positive Antwort, gehst du den nächsten Schritt. Warum Tools? Tools ist wichtig, gerade am Anfang. Tools ist zum Beispiel Webinare, dass du Webinare einsetzt. Warum? Weil du am Anfang noch nicht die Kompetenz hast, es richtig zu sagen. Und auch deine neuen Leute haben das nicht. Das heißt, für mich ist wichtig in einem Network Marketing Seminar, welche Tools kann ich dir geben, die du sofort eben einsetzen kannst. Wenn du jetzt mein Network Marketing Seminar, mein Online Seminar sehen möchtest, holst du jetzt, noch ist es online. Das sind meine Erfahrungen zum Thema Network Marketing Seminar, meine drei Erkenntnisse. Es geht bei dem Network Marketing Seminar darum, ums Finden, Ansprechen, Abschließen. Das sind die drei Prozesse. Wenn dir das Video geholfen hat, Daumen hoch und ja, komm in mein Training. Bye, bye, bis zum nächsten Video. Ciao.